Wir sehen, gefilmt, gelernt, gekocht, gebraten, gegessen. Was denn? Die Currywurst. Warum gerade Currywurst? Sie schmeckt einfach köstlich. Ich war schon in Berlin und habe sie dort gegessen. Warum in Berlin? Dort ist sie eine Legende, denn... Die Berlinerin Herta Reuva gilt als Erfinderin der Currywurst. Sie will als erste mit Ketchup, Currypulver und mustischer Soße experimentiert haben. Ihre Soße ließ sie 1959 patentieren. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja. Kennen Sie die Currywurst? Nein. Ah, schade. Sie ist köstlich. Sie schmeckt lecker. Haben Sie ein Rezept? Ja, gerne. Die Currywurst hat ein Museum. Und was für eins. In der Mitte Berlins, ganz nah beim Checkpoint Charlie, finden Sie das erste Currywurstmuseum weltweit. Innovativ, knallig, spannend. Für die Soße brauchen wir Wasser, Currypulver, Sambaköle, Tomatensauce, Apfelessi, Zucker, Paprika, Salz, Tomatentechup. Ich mache eine Umfrage über Currywurste. Er sagte Ihnen das etwas? Natürlich, ein kulinarischer Klassiker in Berlin und ganz Deutschland. Lecker. Fastfood. Ich nehme mir lieber Zeit zu einem Slowfood. Slowfood ist eine Bewegung, die von Italien ausging. Ah, na dann. Guten Appetit. Dankeschön. Vielen Dank. Habt ihr gesehen. Hm, hier fehlt ein Teller. Wer hat die Currywurst geklaut? Hm, wie das schmeckt da. Die Currywurst gehört zu den beliebtesten Schnellgerichten der Deutschen. Pro Jahr werden rund 850 Millionen Stück verspeist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.